Warum sind Sie mit Ihrem Unternehmen hier bei der IT Mitte präsent und warum können Sie es auch empfehlen? Nun, wir denken, dass wenn wir auch zukünftig hier in der Region Leipzig auch weiterhin unternehmerisch erfolgreich sein wollen, dann ist es sehr wichtig, auch qualifizierte Fachkräfte vor Ort zu haben, die sich natürlich auch vor Ort wohlfühlen, die hier in ihrem sozialen Umfeld in der Lage sind, wirklich eine optimale Leistung auch abzurufen. Und wir denken, dass IT Mitte hier einen sehr, sehr guten Baustein dafür leisten kann. Wie kann so eine Community die Kultur des Miteinanders verändern und Konkurrenz zu einer neuen Qualität bringen? Ja, nun, also grundsätzlich ist es so, dass ein Bewerber ja weiterempfohlen wird an andere Community-Teilnehmer und man im gleichen Atemzug auch Bewerber empfohlen bekommt. Davon profitieren beide, letztendlich der Bewerber und wir als Unternehmen eben auch. Deine 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 Deine